Gefördert von Creative Europe Media. Farbfilmverleih. Ein gezeichneter Animationsfilm. In einem Esszimmer am Geburtstagstisch. Worauf wartest du noch, Anne? Pack deine Geschenke aus. Das ist ja wunderschön. Ein rot-weiß kariertes Buch mit leeren Seiten. Wenn du schreibst, an wen schreibst du denn eigentlich? An mich selbst natürlich. Ich möchte lieber an ein Mädchen schreiben. Eine beste Freundin. Und ihr Name soll Kitty sein. Kitty, hmm, gefällt mir. Komm runter, Anne. Ich warte auf dich. Ein Junge aus deiner Klasse? Natürlich. Mit wem redest du, Anne? Bis vor einem Jahr waren noch alle Jungs in mich verliebt. Was, alle? Es war alles so wunderbar. Aber dann hat sich alles verändert. Auf Fenstern steht Jude. Männer mit weißen Masken und schwarzen Umhängen. Wir müssen weg. Die Familie auf der Straße. Sie erzählten allen, wir wären an den Problemen in der Welt schuld. Helme mit Hakenkreuz. Diese geheime Wohnung wird von nun an unser Versteck sein. Der neue Film von Ari Fohlmann. Jeder Mensch, den wir in unserem Versteck willkommen heißen, hat die Chance gerettet zu werden. Ist es wahr, dass du dir Personen ausdenkst, mit denen du redest? Das Tagebuch in einer Museumsvitrine. Aus der Schrift wird die rothaarige Kitty. Könntest du diese Figuren dazu bringen, für dich zu kämpfen? Anne reitet mit Clark Gable. Diese junge Dame hier namens Kitty ist auf der Suche nach Anne Frank. Habt ihr sie gesehen? Eine Fußgängerzone. Kitty mit Basecamp. Anne hat dieses Tagebuch nicht geschrieben, damit ihr sie verehren sollt. Polizei. Was wichtig ist. Los, einsteigen! Geflüchtete. Tu alles, was du kannst, um eine einzige Menschenseele zu retten. Kitty auf Dächern und am Seilzug. Nur eine Menschenseele. Auf schwarzem Grund. Wo ist Anne Frank? Nachts. Was siehst du, Peter? Ich sehe die alliierten Streitkräfte. Sie kommen, um uns zu befreien. Und du? Was siehst du? Ich sehe Engel, Peter. Demnächst im Kino. Sie sehen.